Hallo, mein Name ist Ur-Lieutenant Franziska. Ich bin hier mit meinem Geschützzug Panzerhaubisse 2000 und ein Teil der Enhanced Fall of the Presence Battle Group in Lithuania. Die Joint Fire Support Teams, Direct Support, das heißt wir geben Feuer im vorderen Bereich des Kampfes mit den Kampftruppen und unterstützen diese bei der Bekämpfung des Feindes.